Das ist mal wieder ein großes Ereignis für Eisbärm Bremerhaven, vor allem vor so einer großen Halle zu spielen. Gegen Braunschweig, in den letzten Jahren haben wir zwar verloren, aber wir wollen uns auf jeden Fall gegen Braunschweig wieder gut machen. Und mit der Atmosphäre, denke ich, werden wir das schaffen auf jeden Fall. Es ist eine gute Atmosphäre, eine volle Halle und ich hoffe, dass wir auch mit dem Sieg holen. Wir können wirklich jedes Spiel gewinnen. Das ist unsere Einstellung. Ich weiß, dass wir hier in Bremen eine Menge Unterstützung kriegen. Und es werden viele Basketballfans zum Spiel kommen. Und ich finde auch, dass die Mannschaft mittlerweile besser spielt, als noch zum Saisonbeginn. Entsprechend freuen wir uns auf das Spiel.